Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge Conan im Exile. Ach, der Conan ist im Exil? Ja, wir sind im Exil, deswegen sagt er zu. Hallo Minas, hallo Spielekaiser, hallo Wodan. Schön, dass ihr dabei seid. Ich mag euch sehr. Hier liegen noch ganz viele Steine. Ja, warte. Ich muss mich auf eine Position stellen, wo ich mich wieder bewegen kann. Ist heute noch ein Thema? Ja, heute brauchst du auch. Immer, glaub ich. Immer. 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 Da ist noch ganz viel Zeug. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Bereich, wo wir dann die Leute versklaven können. Das ist so der wichtigste Part eigentlich. Essen, Schlafen, scheißegal. Franger und Marktplatz und allem drum und dran. Ja, genau. Ja gut, die großen Baten sind wirklich so aus. Es gibt hier, wir haben hier nur einen geringen Teil, also wir müssen uns wahrscheinlich eher in die Höhe dann langsam bauen. Vielleicht können wir ja mal ausprobieren, wie wir uns in die... Ist da jemand von euch auf einer Insel? Ja. Nein. Was? Echt? Hast du gerade einen Baum gefällt? Äh, aus Versehen, ja. Ich wollte eigentlich Stein hauen. Ich wollte da gerade engagen. Achso. Komm doch. Später. Engagen. Später. So, ich mach nochmal eine Tür gegenüberliegend, ne? Also ich hab hier nochmal... Gut, ist nicht so... Megafield, 17 Holz, 11 Stein. Und ein Eis. Das Problem im Moment ist, Holz hab ich echt genügend, Steinen sind echt das Problem. Ja, so eine Foundation kostet 50 Steinen. Hat jemand schon Punkte, um eine Kiste zu machen? Ne, gell? Die sind schon hier, ihr kocht. Warte mal, was bräuchte ich noch? Warte mal, was bräuchte ich noch? Fäden. Ein Reparaturhammer. Oh, ich hab Eisen gekriegt. Juhu. Ja. Wir müssen mal irgendwie eine Kiste machen, das wäre unheimlich wichtig, weil ich hab auch noch dreimal Steak. Kostet zwei Punkte deswegen, okay. Ich pack jetzt noch das Steak hier rein. Hab ich noch Fleisch? Ich hab noch eine Fettmade. Ne, Fettraupe. Ja, die sind cool. Habe. Das ist doch das, was die im Dschungelcamp fressen. Naja. Die Hauptnahrung von denen da. Jo. Guck mal, Hasen getötet und Stufe aufgestiegen, cool. Ach, das sind diese Statuen Hasen? Ne, so ein richtiger Hase. Jaja, die bewegen sich doch aber nicht. Der ist gerannt. Und das war sein Verderb. Das war sein Tod. Genau. Da ging's zu Ende. Ja, mein Problem ist, dass ich dank dem ganzen Holzkommen rennen kann. Dann schmeißt du halt das Holz kurz auf den Boden? Ja, das müssen wir... Ich weiß ja nicht, wie lange das... Ich werf's mir in die Mitte. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht de-spaunt. Ach so, was brauchen wir dazu? Ach, das ist ein Baum. Ich sammel mal diese Fettmaden hier auf. Da fügt man einen. Ach nee, lass die Fettmaden. Die sind echt ekelhaft. Die sind nachhaft. Ach nee, ich brauch zwei zum Freischalten. Havel. Verstisch. Wollen Sie an die Richtung Meer zu gehen? Ne, sind auch keine Bäume. Ist nix, ne. Ja, dann machen wir jetzt erstmal eine Hütte, dass das Ding dicht ist, dass wir uns da auch von der Sonne schützen können. Wir werden jetzt gute Freunde. Haben wir vielleicht das Problem, dass wir jetzt die Steine zu schnell abfarmen? Dass hier gar keine mehr sind? Weil die respawnen. Nach einer Zeit. Ja gut, aber ob das jetzt langt, um schnell eine Hütte... Ich komme. Nein. 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 Ich hoffe nicht, dass du den jetzt getötet hast. Nein. Die ganze Arbeit hier. Ich hole jetzt hier Stein. Weißt du, ob wir noch kämpfen? Das ist wie in jedem, gell? Das ist so geräuschend. Ja, ja. Ich bin aus dem Atem. Alles ist okay. Weißt du, ob wir in die Steuerung in die Hocke gehen, geht schneller. Okay, mir geht's wieder gut. Lass da, läuft. Weiter. Na komm. Wie habt ihr euer Field of View eingestellt? Auf 85. Unverändert. Also unverändert finde ich schrecklich. Da habe ich das Gefühl, als sitze ich im Motorradhelm auf oder so. Okay. Also ich finde... Horizontales Sichtfeld oder was? Den Regler und dann, ich glaube der unterste Wert ist... Ach, da ist er. Oh, oh, oh. Alligator. Alligator. Übernehmen. So ein Hip-Hop oder? Hip-Hop. Alligatora. Dann bin ich irgendwie geächt bei den Jungs. 85 ist aber auch nicht so... Oh. Moment. Übrigens Klamotten machen hilft auch so ein bisschen zum Schutz, ne? So ein Informativ. Ich bin Klamotten-Mensch, bin hier schon quasi unbekleidet. Ich bin mehr nackig. 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 Ja, schau mal. Komm mit, Sohn. Wollen willst du? Wir gehen auf große Alligatorenjagd. Allt gut, als wir so heute. Der wollte deinen alten Vater fressen. Da ist er. Das gibt es natürlich nicht. Ich gehe mal aus dem Kampfmodus raus mit 10, dann jetzt da. Guck. Mein Sohn, das ist deine Prüfung. Schlage ihn. Mein Sohn. Jetzt. Jetzt bist du dran. Ich tromm mal hier die Steine. Nice. Wie die mir so schön hochrupfen. Jetzt nimm die Axt und nimm ihn aus. So wie ich es dir gezeigt habe. Ah, Vater. Sehr gut. Nein, nicht ihn begatten. Ausnehmen. Das ist kein warmer Apfelkuchen. Das ist kein warmer Apfelkuchen. Gott. Was ist das kein warmer Apfelkuchen? Oh Gott. Kein Apfelkuchen. Schwierig. Moment. Schwierig. Hast du auch lange nicht mehr angewendet. Irgendwas ist mit dir los. Was stimmt denn? Was stimmt denn mit dir nicht? Erzähl doch mal Fleisch mal. Ich verstehe jetzt nicht. Schwierig. Aufsteigen. Ach so, das ist ja immer noch. Ja, porque. Porque? Ich will hier nicht weggehen, dann ist das Zeug weg. Sind die, sind immer noch da die Sachen? Ja, ja. Dann bleib halt mal hier so lang. Ja, bleib mal da. Ich komme in der neuen Ladung. Was brauchen wir denn? Fundament oder Mauern? Ähm, ich hätte gesagt, jetzt Mauern. Also ich habe zwei Türen. Ein Fundament noch und dann Mauern. Dann wollen wir Decken rein und dann Türen und so. Das wir halt erstmal ein Grundding haben. Wir können die im Zweifelsfall auch wieder raushacken oder abbauen. Gehe ich mal davon aus. Hoffe ich. Ich hätte halt gesagt, das war vorne über die Klippe so. Wie so eine Terrasse machen oder so, bitte. Ja. Oder Treppen. Du kannst aber nichts freischwebend machen. Du musst also bis nach unten hin bauen. Ne, du kannst doch doch einfach dran heften, diese Böden. Ja, einen. Und dann musst du aber, das haben wir auch schon versucht. Ja? Begattungstanz. Spielekaiser. Ein Begattungstanz. Was ist mit mir los? Wasser. Begattungstanz. Ich pumpe. Ich pumpe. Ich will nicht sterben. Das Gute ist, wenn man das Wasser nicht abkochen muss im Spiel. Das wärs ja noch. Obwohl so eine Diarrhoe ist ja auch ganz funny. Fanny Diarrhoe. Das klingt wie ein Bandarmer. Fanny Diarrhoe. Das klingt wie ein Bandarmer. Fanny Diarrhoe. Geiler Bandar. Fanny Diarrhoe. So, jetzt brauch ich ein bisschen Holz. Hast du alles aufgenommen oder? We are funny Diarrhoe. Probierts mal drei Sandsteindecken. Ich brauche noch ein paar Mauern hier. Danke. Ihr müsst mehr, mehr, mehr essen Jungs. Esst mehr. Ja. Zwingt euch. Stopft euch das rein. Hier können wir offen lassen für... Ja, ich hätte jetzt gehört, hier so eine Terrasse vorne dran. Ja, genau. Das geht noch. Fester, nenn mir deinen Namen. Ich bin... Ach, du machst die Dächer rein. Das ist natürlich interessant. Ja. Das ist gut. Mit den Dächern kannst du auch ohne Überhang rausbauen. Das geht. Ich hätte gesagt, dass wir jetzt eine Treppe nach unten machen. Weißt du? Ja. Die kriegt man aber bei der nächsten Stufe erst. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich habe mal jetzt hier nochmal Steine. Ihr droppt. Wo? In einer Hütte? Ja, mittendrin. Auf dem Boden. Unter die... Okay. Dann machen wir... Nach hier vorne lassen wir offen komplett. Sagen wir mal in dem Haus eine Treppe hier hoch, dass wir an den Felsen rankommen. Dann bauen wir uns nach oben. Oh, das ist cool. So, Steak ist im Feuer. Fertig. Fertig. Bitte essen. Gut. Dann mache ich hier vorne, fange ich mit der Decke an. An einen Stock befestigt der Stein. Ein Rohling. Soll ich hier zumachen? Steine, ey. Also die macht richtig Spaß. Nicht komplett. Ich würde halt... Aber die Seiten, oder? Die Seiten. Ich habe noch zwei Mauern. Ja, das kannst du mal. Und dann würde ich sagen, mal die Treppe in der Mitte doppelt runter, weißt du? Das ist ja asymmetrisches Haus. Und auch hinten hoch dann. Gut. Ist das eigentlich Fenster? Es kommt alles erst, ne? Ja. Fenster? Ja. Rezepte lernen. Ich glaube, die Tür heißt Window. Da. Echt? Einen Punkt brauche ich nur. Dann kann ich Keilblöcke und die Treppen auch. Geil. Moment. Dann mache ich aber erst die Treppen. Gut. Komm, lass uns Gegner töten. Damit wir... wieder aufsteigen, ne? Hat jemand schon Kisten? Nee, geil. Immer noch nicht. Leider nicht. Hey, braucht man ja auch zwei... zwei Skill-Points. Hm. Bin hier nochmal... Achso, wer ist da hinten? Das sieht aus wie Wodan. Ja, ja. Rotschaft bin ich. Rotschaft, genau. Der... War ich dat. Okay. Das war ein anderes Spiel. Gut. Ja. Wohl warm. Achso, warte mal. Ich habe die Böden noch. Ich wollte die Decke hier mal zu machen. Da drüben sind die einfachen Gegner, glaube ich. Muss ich ja nicht mitschleppen, die Decken. Ja, das ist ja so eine Kröte, aber... Ja, hier ist alles. Alles. So, ich komme... Wo seid ihr da hinten raus, wo wir hin waren? Ja, vor dem Feuer, rechts. Genau hier hinten. Und jetzt Check. Ich komme. I am. Yes, I am. Jetzt rechts. Da ist Check. Jetzt rechts. Mhm. Ah ja, ich sehe euch. Aber da geht's ja wieder zur Wüste. Ach, da ist aber so viel. Ja, wir sind aber zwei. Zwei gleich, okay. Mami und Papi. Fängt sie ab. Ausdauer erst noch aufgenerieren. Ey, jetzt. Jetzt. Wenn man lange hält, dann musst du dir auch guten Schalen nehmen, oder? Ja. Okay. Genau. Der Baum fällt. Alles hier. Alles kaputt. Das ist geil. Wo seid ihr? Ich schlage weiter. Sicher gehen, dass hier keiner mehr lebt. Okay, gucken wir hier oben nochmal nach Gegnern, oder? Ist hier was? Sind das da hinten? Sind das Büsche oder Gegner? Entschuldigung. Büsche. Kein Problem. Ah, hier oben, glaube ich. Hier hoch. Komm mal mit hoch. Hier sind, glaube ich, ein Einsiedler. Einsiedler. Oh ja, da ist jemand. Kommt ihr hoch? Wo hoch? Links oder rechts? Also Richtung Wüster links. Links, links. Hier oben, dreh dich mal um. Hier, ich hüpfe. Ja, alles klar. Ah. So. Ich versuche ihn zu bezirzen. Du feige Sau. Smelter steht da. Smelter? Da stand Smelter. Da ist ne Kiste. Kiste. Da ist ein bisschen Pflanzenfaser und Knochen drin. Können wir die Kiste mitnehmen? Lass mal hier ihn kloppen mit der Bauaxt. Komm mal. Abbrechen. Interagieren. Nee, glaube ich nicht. Kannst du die vielleicht interagieren, abbrechen? Hat sie hier irgendwelche Schätze noch? Oh, guck mal, wir können hier rüber gehen. Da ist sie. Oder? Da ist sie? Was, du hast die Kiste? Nee, hier ist eine Beutetasche. Kannst aber nichts mitmachen. Alles plündern. Nee, es gab zwei Holz. Eis. Ich hab da grad verdorbenes Fleisch getroppt. Ach so, ja gut. Aber guck mal, wir können hier oben rüber gehen. Hier oben über diesen Vorsprung, den man von Weitem gesehen hat, wo wir uns ja getroffen haben. Oh ja. Kommen wir da ins Lager rein? Nee, ne? Nee, nee, wir können nur da hingucken. Und... Ah, schade. Kann man hier nicht... Okay. Wenn's jetzt nicht hinhaut. Es war schön mit euch. Loser! Oh, oh, oh. Oh, das hat die Hauen. Es geht. Wie sie alle hinterher springen. Aua. Oh, das war sehr, sehr knapp. Oh, man kann Kflanzenfasern unter Wasser sammeln. Ich hab die Beine und alles gebrochen. Echt jetzt? Ja, Helf ist kurz vor Ende. Oh, glaub ich. Dann bist du zu kurz gesprungen. Aha. Da kann ich nix für. Auf der ganzen Faser, ja. Aber krieg ich hier auch was? Nee. Wie die Lemmiger, weißt du? Einer hüpft und der Rest hüpft hinterher. Ja gut, ich mein, wir können richtig scramble oder hoch gehen zu den Leuten da gegenüber auf der Klippe, ne? Unter dem Meer. Ja, aber die machen uns doch platt, oder nicht? Ding, 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 ding. Okay, jetzt gehen die da hin. Dann gehen wir mal mit. Wahnsinnig. Hey, rückenschwimmen. Geht ihr jetzt da hin, Nick? Oh, Brustkraul. Ich bin drüben jetzt, bei dem kleinen Lager. Irgendjemand war hier gerade. Na, Rifferecke. Ja, das ist doch super. Komm, dann schwimmen. Jetzt sind wir alle hier. Ja, weil, na, wo dann fehlt. Was denn? Ah ja. Wir wollen mal Lager gucken gehen. Ein bisschen strapaziert. Also linksrum, da bin ich mit Kokain schon verreckt, weil da ziemlich viele andere Gegner kommen. Oder so Viecher. Okay. Ich würde das mal rechts probieren, einfach nur aus der Erfahrung heraus. Einfach machen. Ach, da kommt der Hai. Okay. Hai? Echt jetzt? Oh, schade. Guck mal, hier sind noch bestimmt Speziale. Aloe Blätter. Oasenhai. Ausgezeichnet. Ganz fantastisch. Aloe. Hier geht's hoch. Ja, hier geht's hoch. Oh, ein Hase. Ich seh'n Hase. Ich seh'n Hase auf der Karte. Wie viel warte denn wo dann? Killerkanickel. Was? Hallo Hase. Dürft ihr dich kurz interviewen? Oh, super. Riesenviech, ey. Ah, 16. Ich brauch' zwei Holz. Du auch? Gute Idee mit dem Schild. Wo seid denn jetzt hin? Ja, wartet mal bitte. Wieso das denn? Wieso das denn? Ich hab' euch gesehen, brauch's jetzt nicht anfangen. Nur kurz Holz. Alles klar. Schild herstellen. Ihr vielleicht und Schild noch? So schnell wird's nicht gehen. Tut mir leid. Ich hab's versucht. Ähm. Hier sind Hunde. Ja, ich seh's. Konoten. Ach du Scheiße. Jetzt aber schnell. Schwert raus. Komm zu dir. Du wirst sterben. Gut aus. Sack. Du bist voller Blut. Das macht mich an. Entschuldigung. Scheiße. Aber der NBH ist voller Blut. Da haben Hygieneartikel gesucht. Oh fuck. Wo kommen die denn her? Alter. Wo seid ihr? Wir haben weiter hochgelaufen. Oh, ich werde sterben. Ich bin verkrüppelt. Komm zurück. Ich bin verkrüppelt. Au, da ist ein... Oh. Wir kommen zu uns. Wir können uns nicht bewegen. Komm, wir kommen. Oh mein. Kurzer Rückzug. Aus mir machst du keinen Schlauchbuch. Oh Gott. Alter. Ich hab so wenig Energie. Ich auch. Alter. Hab ich irgendwas zum Essen? Frischi. Ich gess jetzt die Fettmade. Nee, doch. Ich kann die Fettmade essen. Ich kann die auch noch mal essen, wenn du willst. Brot. Brot Fleisch. Braune Bandage. Kann ich die? Nee, ich hab gekochtes dabei. Dschungelcamp ist ein Scheiß. Echt? Ich hab zwei verfügbare Punkte. Ich kann Kisten lernen. Ich hab's jetzt gelernt. Also braucht jemand anderes Kisten lernen. Gut. Und ich werde auf jeden Fall auf Vitalität setzen. Da ist ein Hirsch oder eine Gazelle oder sowas. Cool. Und ein Vogelstrauß. Oh, Vogelstrauß ist sehr stark. Und Hase und Hase. Vogelstrauß ist stark, okay. Nix sehr gute. Also ich hab wenig Energie, die Hälfte gerade. Ja. Ich bin ein Vogelstrauß. Na gut. Ich bin ein Vogelstrauß. Ah ja, okay. Dann... Wirklich? Ich hab mir das nicht eingebildet. Was denn? Der ist blau. Das ist ein Pfau. Hier hoch. Hier oben kommen die Gegner. Komm hier hoch. Ich würd sagen, das ist ein Emu. Da ist ne wie jede links. Repariert eure Schwerter, gell? Denkt dran, wenn die kommt. Ei, ei, ei. Boah, mit drei Mann darin, da hab ich echt Angst. Ja. Das ist tot. Boah. Wie sie sich noch selber schlätzen. Oh, tut mir leid. Oh. Schwierig. Ah. Da ist ein... Oh. Da ist ein... Gazelle. Fidi. Und ein Hase. Also Fleisch ist hier... Komm zu dritt. Ja, auf die Gazelle. Hol sie. Nehmen sie Wolli. Was ist denn mit der? Es ist nur... Ich hab's nur angedetscht. Jetzt. Oh. Schmisch mich. Halt auf. Halt auf. Das war mein Arm. I'm a private dancer. Okay. Die hört sich an wie eine Kuh. Höh. Das ist eine Kuh. Schöne Hüpf, Jackie. Grazellenkuh. Stufe aufstehen. Und die Axt nehmen zum Ausneinander. Ich kann einen Bogen machen. Ich bin ein Bogen. Ich bin ein Bogen. Ich bin ein Bogen. Ein bisschen aus mit Trinkschläuchen. Kann das schon... Ja, wir müssen jetzt eigentlich genug Leute haben. Haben. Ich bin... Oh, da brauchst du noch drei Zwirn für. Ja, woher komm. Yeah. Nehmt es aus. Entschuldigung. Sieht aus, als ob ich... Oh Gott. Ich geh da nicht mehr. Ich kämpf nur neben euch. Aber es gibt gut XP. Hyäne. Ich lock sie an. Ich lock sie an. Ich lock sie an. Hier ist ein Nashorn. Rennt. Was? Wo? Echt jetzt? Tatsächlich. Wo ist ein Nashorn? Hier unten. Es kommt. Kommt es? Ne. Ach du Scheiße. Es kommt. Und keine Energie. Super. Oh doch. Energie sammeln. Energie sammeln. Zurück bleiben. Ganz ruhig. Hier ist ein Stein. Da kommen wir bestimmt drauf. Er hat mehr Angst vor uns als wir vor ihm. Gleich schau mal. Frag du doch mal, ob es feindlich ist. Geh doch mal vor und sprich es mal an. Okay, ich mach das Jungs. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Hör auf. Bleib ruhig. Ich geh hin. Aber nicht. Howdy, partner. Hallo, einem ohne Waffe. Oh Gott. Oh oh. Es ist nicht gut. Ich haus. Alter, rennt doch mal woanders hin. Los. Macht es platt. Es ist für den Freche für jeden da. Einfach hinten am Arsch kleben bleiben. Nicht mich hauen. Oh, da angekehrt. Oh, Entschuldigung. Wo dann, ey. Lebt ihr noch? Ich hab kaum Energie. Aber es ist tot. Oh, ich hab vier exotisches Fleisch. Wo ist es denn hin? Die Hyäne ist auch fast ein Arsch. Hat jemand was zu essen? Irgendwelche Maden oder irgendwas dabei? Äh. Nö. Aber ich hab meinen Screenshot bekommen. Ich hab dicke Haut. Was macht der denn da? Immer noch nicht. Da hätten jetzt eine Hyäne. Oder du willst ja wissen, ne? Ich haue das weg hier. Das Jagen ist niemals böde. Nashörner ist das cool. Es ist tot. Ich hab nicht gedacht, dass sich Nashörner hebt. Okay. Und Nashörner hat weh getan. Wer ist tot? Hallo? Rutsch, ruhsch, stopp. Kurz. Ja, verkrüppelt. Ihr macht richtig Kampflaute, gell? Okay, das gibt ne spannende Folge. Ich würd sagen, wir machen nur die Hyäne weg. Und dann machen wir einen Cliffhanger, ob wir das Dorf überleben. Oh ja. Oh, guck mal hier. Hä. Oh, was ist das denn? Ich hab ein Schild. Komm her. Warte. Ich hab ein Schild. Darauf werde ich nicht sehr wiesen. Ich hauen. Oh Gott, ich hasse das. Ich will nicht. Du feige Gazelle. Nein. Mein Sohn. Ja, Vater. Du hast mir gut zugehört in der Vergangenheit. Niemals tot mit. Ach, guck mal. Der Mob. Richtig. Der Mob. Aufgestiegen. Kann man jemand aufhelfen? Ja. Tozende Mob. Hm. 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 Kannsturm? Was? Kannsturm? Tschüss!